Also, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu diesem Zoom-Dingerling, zum Event, zum Thema Wie anders bist du bereit zu sein? Haha! Yay! Wuhu! Ja, mein Name ist Susanna Mittermeier und ich bin heute in Gesellschaft von genialen Menschen. Einerseits uns allen, weil wir alle irgendwo bereit sind, doch anders zu sein und anders sein ist nicht immer easy in unserer Welt, es ist auch oft eine Herausforderung und ich bin auch unter allen anderen, uns, bin ich auch in genialer Gesellschaft von denjenigen, die sich mit diesem Thema schon, ich sage jetzt nicht auseinandergesetzt haben, aber dieses Thema schon mehr in die Welt hinausbringen und andere damit inspirieren, nämlich in Form von Kursen, in Form von Kursen, die diese Personen schon vor kurzem angefangen haben, in die Welt zu bringen und ich gehört habe, wie toll das gelaufen ist und läuft und wie sehr das die Welt inspiriert und was das so in die Welt bringt. Und einige davon sind jetzt mit uns, da haben wir nämlich, ich sehe links von mir die Renate Rachbauer, die Christina Schmautz, der Herr Stefan Meier und die Elvira Nietzsch. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Gut. Und diese Personen, Martina, hast du auch den Kurs schon gehalten? Wolltest du auch mitreden? Nein? Okay. Habe ich mir nur gedacht. Vielleicht ist es die Zukunft. Und diese Personen werden euch ein bisschen erzählen, was sie so sehen mit Anderssein. Was hat es damit auf sich? Warum ist das was Tolles? Oder was haben sie mit anderen Menschen entdeckt in ihrer Arbeit? Und ich werde sie ein bisschen interviewen, weil wir neugierig sind, weil das Tolle ist, jeder von uns sieht die Welt anders und das ist eine Bereicherung. Ja, also jeder von uns sieht die Welt auf eine Weise, wie kein anderer sie sieht. Und das ist was Tolles, das ist was Einzigartiges und etwas unglaublich Bereicherndes. Und das ist unsere Einladung zu sehen, welcher Beitrag ist dein Anderssein für die Welt, für uns alle, das uns alle inspiriert. Ja, weil in einer Welt zu leben, wo man am besten, ja wir haben ja alle irgendwie gelernt, während wir aufgewachsen sind mit den Eltern, die wir haben, dass man dazugehören soll. Dass man sich anpassen soll, dass es was Gutes ist, wenn man Menschen hat, die sagen, ja du bist so wie ich, das ist toll, was was Gutes. Aber dann auch erfahren zu dürfen, dass das, was man als Anders in die Welt bringt, mit seinem Sein und seinen Perspektiven, dass es ein Geschenk ist, ist so eine Bereicherung. Ich habe gerade vor diesem Zoom-Dings da, Dingeling, habe ich eine Session gehabt mit einem Asperger-Mann, der in seiner Welt darunter gelitten hat, wie anders er ist. Und wir haben während dieser Session beleuchtet, wie dieses Asperger, ja, also eine Form von Autismus, wie das eine Bereicherung ist für die Welt, weil er sieht Details. Er hat zum Beispiel gesagt, in der Schule haben die Lehrer ihm eine Aufgabe gestellt, etwas erforschen zu sollen. Und er hat gesagt, was genau soll ich erforschen, was genau meint ihr? Und die Lehrer haben gesagt, naja, erforsch einfach. Und er so, ich kann nicht einfach nur erforschen, ihr müsst mir genau sagen, was ich erforschen soll. Und es hat ihn wahnsinnig gemacht, es hat ihn richtig geärgert, dass diese Lehrer nicht gescheit genug waren, ihm zu sagen, was genau soll ich erforschen. Und er hat gesagt, ich habe viel Geduld, aber manchmal platzt meine Geduld und ich werde, ich werde einfach, ja, ich werde aggressiv. Und da habe ich gesagt, ja, das verstehe ich. So, ja, mich interessiert es, wenn ich, Stefan, magst du beginnen? Wenn ich, hast du Lust irgendwie erzählen, wenn ich dann anders sein, entweder was dich betrifft oder was du bei anderen entdeckst, was ist dieser, was ist anders sein? Was ist da so toll dran und was macht man damit? Also anders sein, würde ich mal sagen, ist immer was, was man sich zuerst nicht eingestehen will. Wer gibt schon freiwillig zu, dass er anders ist? Ja, jetzt muss man dazu sagen, ich weiß es von der Susanna, wir haben beide einen ähnlichen Background im Sinn von katholischen Privatschulen. Das ist dann noch einmal eine Nummer höher mit Gleichschaltung. Verbunden, da werden alle gleich gemacht und alle gleich schlecht und niedrig gemacht. Und von allem blau angezogen. Ja. Aber was wir anhaben heute. Ich bin lila da, ja. Aber, ja, es ist nichts, was man jetzt unbedingt in unserer Welt anstreben würde als erstes. Und, sag mal, es ist durchaus ein Weg, dorthin zu finden, dass man sich erlaubt, auch so zu sein, wenn man wirklich ist. Und auch, wenn das anders ist. Ja. Ja. Ganz genau. Ja. Oh, so true. Und du hast ja den Kurs schon mal gemacht, ne? Ja. Ja. Wie war das? Waren das neue Leute? Wie war das für die Leute, dieses Thema? Es waren keine neuen Leute, es waren schon erfahrene. Andersseiende. Andersseiende. Aber es war trotzdem ein großer Erkenntnisprozess. Weil, ähm, anders sein und sich einzugestehen, anders zu sein, war doch nochmal ein großer Unterschied. Und, äh, dann einfach nochmal die Einfachheit der Tools, die da drin verwendet werden in dem Kurs, die dort angeboten werden, noch einmal zu sehen, war einfach ein großer Beitrag. Wow, cool. Wow. Das freut mich. Ähm, so, meine Frage an euch alle jetzt gerade, jetzt von Stefan inspiriert, ist, ähm, mich wird's inspirieren oder interessieren, ähm, wie anders wart ihr, die jetzt hier auf diesen Dings da sind, äh, diesem Zoom-Düngerling da, wie anders wart ihr heute schon? Oder, wenn ihr, wenn ihr uns vielleicht im Chat da, habt ihr gesehen, dass da ein Chat ist? Ja, da steht, RAT, RUT, steht da oben. Das heißt, Chat. Das heißt, dass du da den Kommentar reinschreiben kannst. Äh, und zwar, sag uns einmal, was hast du, oder was hast du bis jetzt in deinem Leben schon alles gewählt, ähm, wo, wo du etwas anders gemacht hast als andere? Ja, vielleicht wolltest du das in den Chat schreiben, würde mich inspirieren, vielleicht inspirieren wir jetzt gerade da aneinander, ja? Was hast du in deinem Leben bis jetzt schon gewählt? Du kannst eine Sache oder mehr reinschreiben, ähm, die anders ist, als andere gemacht haben. Martina, wenn andere sagten, was ich tun, was ich tun sollte, habe ich das Gegenteil getan. Annet, äh, ich war schon anders als die anderen und bin es noch heute. Alexandra, ja, arme Schulschwestern. Okay, das war bezogen auf unsere Klosterschulzeit, das ist richtig, ja? Die haben es nicht einfach gehabt. Ähm, ich bin ständig umgezogen bis in die Schweiz. Mhm, Christina schreibt das. Margarete, oh mein Gott, zwei Kinder von zwei Männern mit keinem zusammen, ja? Jeanette, ich war immer nett. Es reimt sich, ist das cool. Ja. Und, und jetzt interessiert es mich als nächste Frage, ähm, was hast du in der letzten Zeit anders gemacht? Oder welche Wahlen, welche, welche Wahlen hast du getroffen, die anders sind, als die in deiner Vergangenheit? Ja, welche Wahlen hast du in letzter Zeit getroffen, die anders sind, als das, was du in deiner Vergangenheit gewählt hast? Habt ihr da ein Beispiel? Ich habe mich von allen Schafen getrennt. Super. Ich habe alles hinterfragt. Cool, Tanne. Yep. Ich habe mir erlaubt, nicht nett zu sein. Genial. Mich nicht mehr entschuldigt, anders zu sein. Sehr cool. Super. Ja. Ich erlaube mir, keinen festen Wohnsitz mehr zu haben. Super. Mhm. Ja, warum, warum stelle ich diese Frage? Weil, wenn man anfängt anzuerkennen, dass man jetzt oder in letzter Zeit andere Wahlen trifft, als in der Vergangenheit, dann führt man sich wirklich vor Augen, dass man sein Leben in eine andere Richtung lenkt, als man es in der Vergangenheit gemacht hat. Und in dem Moment, wo du anerkennst, dass du Wahlen triffst, jetzt oder in letzter Zeit, die anders sind, als die Vergangenheit, dann kannst du durch diese Anerkennung mal sehen, wow, ich habe schon was verändert. Und es geht diese ständige, ich muss mich verändern, ich muss was tun, ja, ich habe noch nicht genug, ich bin noch nicht genug, dieser ganze Stress fällt weg. Zugunsten von der Anerkennung, zugunsten von der Anerkennung, dass du schon so viel verändert hast und dadurch, hey, was geht noch alles. Jetzt muss ich da noch lesen, warte mal, wo ist jemand denn jetzt? Oh, für geile Kommentare, Moment, Moment. Ah, ich erlaube mir, keinen festen Wohnsitz mehr zu haben, genau. Stelle Forderungen und bin nicht bereit, alles zu erklären, warum ich was mache und will. Super. Ich habe anerkannt, anders zu sein. Ich habe einen Lover trotz 30, ja, jetzt haben wir einen Dingerling da, Moment. Beim Lover ist es jetzt, ist Screensharing gegangen, ist angegangen, ist zwar lustig. Anna, du teilst gerade Information mit uns. Wo waren wir? Ich habe einen Lover trotz 30 Jahre Ehe. Ich lasse in jedem Moment das zu, was gerade ist. Ich erlaube mir, die Wahlen zu treffen, die für mich funktionieren. Kleine Kostprobe, ich habe in Neapel einen, wie sagt man, Nepalesen geheiratet, den ich nur fünf Monate kannte und habe als Einzelkind nicht mal meine Eltern eingeweiht. Coach-Sitzungen gebucht und endlich aus meinen Zwängen rauszukommen. Ich fühle mich mehr richtig seit Exes. Okay, so würdet ihr anerkennen, dass dieses Anderssein und vor allem eure Kommentare, wie mutig das ist. Wie viel Verletzlichkeit braucht es, um sich erlauben, anders zu sein und dem auch Worte zu geben. Alles, was ihr da noch nicht anerkannt habt, alles, was sich erlaubt, dass ihr sagt, yay, me, werdet ihr das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pot, all nine, shorts, boys in your hands. Christina, was kommt dir jetzt gerade, wenn wir so über Anderssein sprechen? Was ist das für dich, dieses Anderssein? Dieses Anderssein, das war für mich, gerade auch im Hinblick auf diesen Kurs, hatte ich total eine geniale Erkenntnis. Und das fällt mir jetzt gerade so ein, man hat immer gesagt, ich wäre schüchtern und ich habe das immer abgekauft. Also man hat gesagt, ich bin immer so, ich war so ein ganz schüchternes Kind und zurückhaltend und ich bin immer nur da gesessen bei den Erwachsenen und habe gemalt. Und ich habe tatsächlich abgekauft, dass ich schüchtern bin, ja. Und mir ist bei diesem Kurs klar geworden, ich war gar nicht schüchtern. Ich habe bloß keine Kommunikation mit den Erwachsenen gebraucht, weil ich ja eher das gespürt habe. Und da ist mir auf einmal so klar geworden, ja, wie oft wir die Dinge abkaufen, obwohl es wie ein komplett anderer Kontext war. Es hat für mich total was verändert, weil ich endlich dieses schüchterne Anderssein endlich mal ad acta legen konnte. Und für mich klar war, ich war ja noch nie schüchtern. Und das mir so viel erleichtert hat, weil, ja, plötzlich konnte ich einfach präsent auch so mit Menschen sein, ohne zu denken, ja, ich muss jetzt meine Schüchternheit überwinden. Und das war noch nie da. Wow. Ja. Das ist voll cool, weil was du jetzt sagst, Christina, ist ja dieses, wo man sich selber definiert als etwas. Ja, total. Also, wenn man als Kind als schüchtern gesehen wird oder als, weiß ich nicht, es gibt ja so Geschwister, wo der eine ist der intelligente und der andere ist der hübsche, ne. Aber das kann man da nicht mischen, ne. Dann ist man, dann sagen die Eltern, na, Gott sei Dank ist sie gescheit, weil schee ist nett. Oder sie denken sich, na, Gott sei Dank ist sie schön, weil gescheit ist nicht, ne. Und dann irgendwie, teilweise wird es ausgesprochen und oft nicht, aber es wird auf jeden Fall auf dich projiziert und man spürt das ja, ja. Also, wir sind ja nicht blöd, dass wir sowas nicht spüren. Und dann nimmst du das und machst das zu deiner Definition, zu deiner Identität und das hält dich ja davon ab, zu sehen, hey, was bin ich noch über schön oder über gescheit hinaus, ne. Vielleicht bin ich schön und gescheit oder zumindest schön und ein bisschen gescheit, ja. Und, ja, und dann kreiert man seine ganze Welt auf diesen Definitionen, auf diese Art, sich zu identifizieren, weil es, weil es andere, ja, andere sind zufrieden, weil sie dich eingeboxt haben. Die finden das toll, weil dann haben sie die Welt definiert und sie wissen, wer du bist, ne. Sehr fesch, sehr bequem für die. Und du denkst dir, ja, ich bin halt schön, ne. Gescheit bin ich nicht, aber schön bin ich. Oder ich bin schüchtern oder ich bin das. So alles, was das ist, alle Definitionen, die ihr über euch abgekauft habt, die euch davon abhalten, mehr zu sein und großartiger zu sein als diese Definitionen, werdet ihr das bitte zerstören und kreieren, mein Gott zu Leonen. Tada, right, wrong, good, bad, hot, pock, all nine, shorts, boys, in your hands. Und die Christina, wie geil draufgekommen, hey, ich bin ja gar nicht schüchtern. Ich weiß nur, was ich will. Ich weiß, mit wem ich sprechen möchte. Ich weiß, mit wem es mir Spaß macht zu kommunizieren. Ich weiß, wo ich am meisten rauskriege oder wo ich am meisten mitbekomme. Das ist ja eine Form von Intelligenz, ne. Weil die Christina hat immer schon gewusst, was für sie funktioniert. Ja, aber es wurde anders interpretiert. Genau, ja, total. Und gut, es ist jetzt weniger jetzt auf deine Frage bezogen mit dem Anderssein. Aber es geht tatsächlich in die Richtung dieses Sein einfach, wie man in dem Moment ist. Ja, wie du sagst, mit den Definitionen das mal auch auseinanderzunehmen und wirklich zu schauen, okay, was steckt denn tatsächlich dahinter? Ja, das war eine sehr coole Geschichte bei dem Kurs. Ja, und man kann ja sogar auch da sitzen und selber eine Selbsterleuchtung haben. Ja, das ist echt so toll, ne. Ob man den Kurs geht oder ihn hält, man lernt immer etwas. Und vor allem, wenn man bereit ist, als die Person, die den Kurs hält, zu sagen, hey, ich bin hier nicht der Experte, sondern ich bin der Facilitator und Facilitator heißt ja der, der Erleichterung bringt, dann braucht man nicht so gescheit sein. Dann braucht man nur gescheit genug sein, Fragen zu stellen und das Gescheite aus den anderen rauszukitzeln, ne. Also, Renate, wie geht es dir, wenn wir so reden, was kommt dir gerade, was ist das Wertvolle am Anderssein für dich oder was hast du da entdeckt in deiner Welt? Ja, also für mich war das damals einfach schon, bevor ich Exes kennengelernt habe, wie ich von heute auf morgen meinen Ex noch verlassen habe und was gemacht habe, was total irrational war. Wo ich mich ganz, ganz lange auch falsch gemacht habe dafür, bis ich gemerkt habe, okay, ich habe es einfach gemacht, weil ich es kennengelernt habe. Ja. Und das ist mir so richtig bewusst geworden, jetzt auch mit der pragmatischen Psychologie, mit diesem Kurs. Und das ist mir immer gesagt worden, du bist zu viel, du bist zu laut, du, ja, immer zu viel. Ich war irgendwo immer zu viel und was habe ich gemacht? Ich habe dann halt immer kleiner gemacht. Ja. Ich habe jahrelang immer mich kleiner gemacht und eher zurückgenommen. Damit ich ja nicht irgendwo aneke oder dass ich wieder für irgendwem zu viel bin. Und habe ich gemerkt, ja, okay, aber das ist aber genau das, was ich bin. Und wer es nicht aushält, hm, okay. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Renate, weil wie viele Menschen haben diese, diese, oder machen sich Sorgen, dass sie zu viel sind, zu laut sind, ja, einfach too much. Und ich glaube, man ist recht schnell too much. Man ist recht schnell zu viel in dieser Welt. Ich glaube, es braucht gar nicht zu viel. Und auch, Renate, ich kenne dich jetzt schon von sehr langer Zeit. Ich meine, was für eine Lebendigkeit bringst du in die Welt? Ja, dass das auch unglaublich oft als too much, wie viel interpretiert wird und vor allem, wie viel Freude, wie viel Lebendigkeit bringst du in die Welt, wo du Menschen auch aufwächst damit? Ja, genau. Und das war einfach auch immer das. Ich war immer schon so ein Mensch, der was, gern, weiß nicht, wenn ich wo auch reingekommen bin, die Leute um einen Tod hat, hallo, also wirklich laut gegrüßt und so. Und das war halt nicht immer so angebracht. Und merke aber, wie sehr das in die anderen gefällt hat, außer meinem Ex-Partner oder bestimmten Personen, drum Ex. Ja, und seit ich das einfach wirklich so mache, wie es für mich richtig ist, was für mich funktioniert, man zieht andere Leute auch an. Es ist klar, es haben sich manche verabschiedet, aber das gehört dazu. Das ist auch ein wichtiger Punkt, Renate, wenn man dieses Anderssein rauslässt, dass sich auf der einen Seite eine unglaubliche Entspannung auftut, das Leben erweitert sich, man trifft Wahlen, die für einen funktionieren, man versucht sich nicht mehr reinzupressen in etwas und der Nebeneffekt kann sein, dass Menschen gehen, dass Menschen einfach sagen, was soll ich mit dir? Du bist nicht mehr so, wie du früher warst, ich mag das nicht, ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein. Und da kann man sich fragen, war das jemals eine Freundschaft? Ja, also ich kann mich erinnern, ich habe vor vielen Jahren einen Kurs gehalten und dann hat mich eine Frau angerufen und dann habe ich sie gesagt, ja, wie geht es dir nach dem Kurs? Sagt sie, ja, mir geht es blendend, nur meine Freunde haben sich verabschiedet. Und habe ich gesagt, ja, was ist da gewesen? Naja, also erstens einmal, ich habe kein Problem damit, mir geht es saugut. Aber meine Freunde, die haben mich gefragt, ob mit mir was nicht stimmt. Warum bist du so fröhlich? Das kann doch nicht normal sein. Und dann sind die gegangen und sie hat gelernt, dankbar dafür zu sein. Und mittlerweile hat sie ganz andere Freunde, die wirklich ihr Leben bereichern. Ja, genau, das stimmt, das kenne ich auch. Ja, ja, genau. Man hat viel mehr Spaß. Ja, man hat viel mehr Spaß. Und das ist auch ein Mut, wenn die Renate redet über, ich bin bereit, dieses zu viel, zu glücklich, Leichtigkeit an den Tag zu legen. Das ist auch ein Patzenmut, den man da braucht. Man weiß ja nicht, wie das ankommt. Manche finden es toll, manche sind inspiriert und manche laufen weg. Und wenn es nicht mehr darum geht, kontrollieren zu müssen, wie man ankommt bei anderen, dann hast du wirklich wahre Freiheit. Überall, wo ihr alle kontrolliert, wie ihr ankommt, überall, wo ihr kontrolliert, wie andere euch empfangen und ob andere euch empfangen und überall, wo ihr das wichtig und relevant macht für euch, werdet ihr das bitte zerstören und kreieren? Right, wrong, good, bad, pot, 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 all nine, schutz, boys and beyonds. Ja, cool, super Renate, super Impulse, danke. Echt cool. So, noch einmal, überall, wo ihr euch Sorgen macht, wie ihr ankommt und wie andere euch empfangen, werdet ihr das bitte mal gottse Leonen zerstören und kreieren? Right, wrong, good, bad, pot, pot, all nine, schutz, boys and beyonds. Ja, weil andere Menschen versuchen, dich zu definieren. Du definierst dich in Bezug auf andere Menschen. Du definierst andere in Bezug auf dich. Und jede Definition ist per Definition eine Begrenzung. Jedes Mal, wenn du dich definierst, hältst du Möglichkeiten fern. So wäre es, wenn du dich gar nicht mehr definieren musst, sondern du fragst, wie möchte ich mich kreieren? Also, anstatt dich zu definieren, kreier dich. Und kreier dich jeden Tag aufs Neue und frag, wie möchte ich mich heute kreieren? Was macht mir jetzt Spaß? Oder wie möchte ich mich in diesem Moment kreieren? Alles, was das nicht erlaubt, ist es bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pot, all nine, schutz, boys and beyonds. Elvira, bist du noch da? Ja, da bist du. Schauen wir mal, ob es geht, wenn nicht, dann muss das Video ausschalten. Schauen wir mal, wie das Internet funktioniert. Hi. Ja. Hi. 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 Also. Ja. Ich habe den Kurs gehalten mit ein paar Persönchen und für mich war das wirklich, obwohl es eigentlich ein kleiner Kurs ist mit nur zwei bis drei Stunden und so, habe ich dann mich auch mit meiner eigenen Andersartigkeit auseinandergesetzt, beziehungsweise einfach geschaut, was ist an mir anders, was war vielleicht schon immer anders an mir. Und ich bin zum Beispiel draufgekommen, dass ich, ich habe das auch immer schon gewusst, ja, dass ich, wenn ich was will, mit ganz wenig Aufwand ganz schnell ans Ziel komme. Also das hat sich schon in der Schulzeit gezeigt. Wenn ich gelernt habe, habe ich einen Einser geschrieben, wenn ich nicht gelernt habe, habe ich einen Fünfer geschrieben. Es war aber vollkommen egal, weil zum Schluss ist ein Dreier rausgekommen. Ich meine, die Lehrer haben immer gesagt, sie ist zum Stinken zu faul, ja, und ich habe alle in den Wahnsinn getrieben, ich habe alle in den Wahnsinn getrieben mit dem, dass ich einfach, ich habe gewusst, wann ist Zeit zum Lernen, ja, wann muss ich, damit ich diese Schulstufe schaffe und sonst habe ich halt das Leben gelebt, ja, und das ist eine Riesenqualität, ja. Ja, also ich habe immer gedacht, ich bin zu faul oder ich bin zu inkonsequent oder ich bin zu, ich bleibe nicht dran an einer Sache oder ich bringe zu wenig Leistung die ganze Zeit, aber das war es eigentlich gar nicht. Ich habe die Leistung gebracht, wenn sie gefragt war, ja, und das ist etwas, was ich jetzt auch tue, was ich jetzt kann und das hat nichts damit zu tun, dass ich zu faul bin, sondern einfach, dass ich weiß, wann ist es erforderlich und wann kann ich chillig durchs Leben wandeln. Und das war eine riesen Erkenntnis. Wann kann ich chillig durchs Leben wandeln? Ja. Super. Und das tue ich und das mache und das hat sich einfach jetzt in den letzten Wochen so gezeigt, dass das eigentlich für mich selbstverständlich ist und dass das nichts mehr mit, für mich nichts zu tun hat, mit inkonsequent sein, sondern das ist einfach, ja, das ist mir aufgedruckt worden, ja. Sie ist zu faul, sie bleibt nicht bei der Sache, sie tut nicht weiter, sie, ja, aber Rechnungswesen hat mich halt nicht interessiert. Ja. Es war einfach so und das ist ein Riesengeschenk, dass ich das jetzt erkannt habe. Die Annette schreibt gerade, während du redest, ich habe gerade das Gefühl, Elvira redet von mir. Cool. Ja. Cool. Weil, da gibt es ja einen Film dazu jetzt, ja. Wir haben beim letzten Exos-Kurs darüber gesprochen. Kennst du den Zeichentrickfilm Ferdinand? Okay. Ja, ich kenne die Vorschau, ich habe ihn nicht gesehen, ja. Das ist ein Bulle, ja, also ein Tier, das zum Kämpfen da sein sollte. Das spielt, glaube ich, in Madrid. Und dieser Ferdinand ist aber nicht interessiert am Kämpfen oder sich am Stressen, obwohl sein Vater so gerne möchte, dass er in seine Fußstapfen tritt und genauso kämpferisch durch die Gegend rennt wie er selbst, weil dann ist man ein guter Bulle, sondern dieser Ferdinand ist eher daran interessiert, zu chillen und chillig durchs Leben zu gehen und die Blumen zu riechen und zu genießen und den Duft reinzulassen in seine Welt. Und der sieht da gar keine, der versteht nicht, warum alle so herumkämpfen, weil er ist ja der Ferdinand. Ja, und das erinnert mich jetzt gerade so an, hey, was für ein Geschenk, Elvira, so chillig durchs Leben zu gehen und sich nicht stressen zu lassen. Ja, weil, kennst du das? So einen, so einen Menschen in deiner Gegenwart zu haben, ist so entspannend, nicht wahr? Ich meine, vor allem, wenn man in Wien und Umgebung unterwegs ist oder in irgendeiner Stadt, wo viele Menschen sind und du... Genau, und ich arbeite im Hort, weißt du, Susanna? Ja, und was sagen dir die, weil du hast mir erzählt, was sagen dir die Eltern? Was kriegst du für Kommentare von den Eltern, von den Kindern im Hort? Die Eltern, so richtig Kommentare nicht zu dem, wie ich bin oder was ich bin, aber ich merke einfach, dass sie total glücklich sind. Sie fühlen sich willkommen, sie sind gern da, sie reden gern mit mir, sie haben auch das Gefühl, dass die Kinder sich wohlfühlen. So, was glaubst du, was das ist? Was glaubst du, bringt die Eltern... Ich meine, Eltern haben es ja nicht einfach, ne, Stefan? Also, wenn man Eltern wird, der Stefan ist gerade Eltern geworden, ich glaube, man ist älter geworden. Ich meine, du kannst noch was dazu sagen gerne, weil wenn man Eltern wird, dann, ich meine, da sind ja Bewertungen sofort irgendwo dabei, ne? Und dann triffst du die Eltern und die entspannen sich, sie fangen an zu chillen als Eltern. Hallo? So, was ist das? Ich glaube, von meiner Seite, also, was ich bin, ist einfach, ich bin ja auch selber Mama von zwei Kindern und ich bin da bewertungsfrei. Ja. Okay, das ist anders. Ja, weil es geht in der Schule oder insgesamt im System mit Eltern und Kindern immer um die Schuld. Kinder funktionieren nicht, dann sind die Eltern schuld und das bin ich nicht, ja? Und ich habe das mit den Eltern nicht besprochen, aber ich bin es einfach nicht und das entspannt es. Ja. Ja. Weil es funktioniert einfach im Alltag mit 20, 25, 30 Kindern nicht immer perfekt, ja? Aber ich brauche trotzdem nicht einen Schuldigen suchen, warum es nicht perfekt funktioniert. Genial. Okay, aber das ist ein anderer Ansatz in dem System. Ja. Weil normal ist es, es ist immer wer schuld und es macht immer jemand zu wenig oder das Kind macht zu wenig oder die Eltern machen zu wenig oder der Lehrer oder der Hortleiter macht zu wenig. Es ist immer irgendwas, was mangelt und zu wenig ist. Und wenn dann du da reingehst in die Situation und sagst, hey, chillt's, da gibt es nichts Falsches, es gibt keinen Schuldigen, sondern lass uns schauen, was funktioniert. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Ja. Stefan, magst du noch was sagen zu diesem Anderssein und Eltern? Weil ich habe in deiner Welt gespürt, da ist was, was der Stefan weiß. Ja, also Elternsein, übrigens, weil du vorher gemeint hast, du hast Eltern und Eltern verwechselt, ja? Ich bin Elternteil geworden, drei Tage, nachdem ich einen runden Geburtstag hatte. Es passt gut zusammen, ja? Aber, ja, was weiß ich über Elternsein? Vor allen Dingen, dass Elternsein wirklich komplett eine Bewertungszone ist. In dem Moment, wo ein Kind in ein Leben kommt, der wird überschüttet mit Bewertungen. Es kommt ja von allen Seiten. Es kommt von Seiten des Kinderarztes, es kommt von anderen Eltern, es kommt von sämtlichen Großeltern, Familienmitgliedern und, und, und. Und, auf was man nicht alles aufpassen muss oder auf was man auch nicht aufpassen muss und was eigentlich sogar blöd ist, wenn man darauf aufpasst. Das ist so eine Bewertungszone. Und ich muss echt sagen, in den ersten Wochen war das gar nicht so, ohne da jetzt mal abzustecken. Wir sind im Jänner, haben wir das Kind bekommen und es war wirklich ein paar Wochen Lernzeit, rauszufinden, was funktioniert für mich und wo muss ich mich wirklich abgrenzen, auch von diesen Bewertungen, die kommen. Ja. Weil so viel reinkommt einfach. Ja. Und es ist immer wieder, man muss immer wieder schauen, was gehört überhaupt mir davon. Das da. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, was macht man da? Was wäre da so ein Tool, das man verwenden kann, um nicht wahnsinnig zu werden? Wem gehört's? Ganz klar. Das Werkzeug, das ich verwende, ist, wem gehört's? Wie verwendet man das? Ich weiß nicht, ob alle das kennen, die hier sind. Das Werkzeug, wem gehört's, verwendet man so, dass man einfach diese Frage mehrfach stellt. Also ich stelle sie meistens drei, vier Mal hintereinander. Wem gehört's? Also ich habe ein Gefühl, ich habe eine Wahrnehmung, eine Emotion, in mein Leben eintritt und die jetzt gerade ganz stark präsent bei mir ist. Und dann stelle ich diese Frage. Wem gehört's? Wem gehört's? Wem gehört's? Und dann habe ich eine Wahrnehmung. Entweder das wird leichter, dann gibt es die Möglichkeit des Zurückschickens, zurückschicken an den Absender oder wenn es irgendwie schwer wird und fest wird, dann zerstören und kreie ich's, wie wir es bei Access so schön tun. Weil dann habe ich es zu meinem gemacht. Genau. Und das Coole ist dann zu merken, wie viel von dem Wahnsinn, den man als sein eigenes definiert hat, gar nicht das eigene ist. Weil, wie der Stefan sagt, wenn man Eltern wird, ich meine nicht älter, sondern Eltern mit E wie Emil, dann fängt man sich ja an, als Eltern auch zu definieren. Ich bin jetzt Mama, ich bin jetzt Papa. Und in dem Zuge, sich zu definieren, ja, dann glaubt man, ja, was heißt es jetzt, Mama zu sein? Was heißt es, Papa zu sein? Aha, und dann kommt eine ganze Liste von Eigenschaften, die man jetzt annehmen soll. Auf jeden Fall perfekt sein. Das gehört auf jeden Fall dazu. und das ist dann so ein ultimativer Stressfaktor, der dich davon abhält zu fragen, okay, was ist Mama sein für mich? Wie bin ich Mamas Mama? Wie bin ich Papa? Was sehe ich anders als andere Mamas? Was sehe ich als Möglichkeiten, das anders ist als andere Papas? Ja, Mama sein, Papa sein gibt es schon seit Jahrtausenden, ja, ja, Megatausenden, ja. Das heißt nicht, dass du nichts Neues in die Welt bringen musst, oder kannst, ja. So nur, weil es schon urviele zig Millionen, Billionen Papas und Mamas bis jetzt gab, heißt es nicht, dass du nichts Neues in die Welt bringen kannst, weil dich gibt es jetzt. Und du, so wie du jetzt die Welt siehst, das gab es vorher nicht, ja. So was seht ihr, was seht ihr für Möglichkeiten, die kein anderer sieht? Und alles, was das nicht erlaubt, werdet ihr es bitte zerstören und kreieren. Right wrong, good bad, podpog, all nine shirts, boys and beyonds. Cool. Habt ihr, ihr könnt, ich könnt es mich bitte gerne unterbrechen, ja. Christina, Stefan, Renate, Elvira, wenn ihr, wenn ihr irgendwas zu dem Thema habt, wo ihr sagt, boah, das kommt mir gerade, das möchte ich gerne sagen, oder das möchte ich gerne reinbringen, bitte, bitte unterbrecht mich, ihr kennt es mich alle, ihr wisst, ich rede wie ein Wasserfall, vor allem, wenn ich, wenn ich, excited bin, wenn ich, wenn mich ein Thema interessiert, bitte einfach unterbrechen, ja, und sagen. Ich schaue noch gerade, ob da irgendwelche Fragen sind. Ich sage was, kurz. Für mich ist, wie anders bist du bereit zu sein, wirklich ein Thema, es zahlt sich aus, sich damit auseinanderzusetzen, es zahlt sich aus, einmal hinzuschauen, auf seine andere, also auf seine eigene Andersartigkeit, und das mit ein paar anderen Leuten gemeinsam zu machen, ist einfach wirklich ein Geschenk. Also ich habe es erlebt, bei dem Kurs, den ich gehalten habe, es waren zwei Leute, die Exes schon gekannt haben, eine Frau, die es nicht gekannt hat, und man hat gemerkt, in den zweieinhalb Stunden hat sich für sie einfach eine andere Welt eröffnet. Und das war einfach richtig, richtig toll. Keine Ahnung, was sie jetzt weiter damit macht, das weiß ich nicht, aber sie ist mit einem Lächeln rausgegangen, und war irgendwie begeistert, und es hat sich einfach leichter angespürt, als wie sie gekommen ist zu mir. Und jeder, der die Möglichkeit hat, sich mit dem Thema in irgendeiner Art und Weise auseinanderzusetzen, soll es einfach machen. Schaut es euch das an. Schaut es euch an, schaut es euch an, was eure Fähigkeiten hinterm Anderssein sind, und lasst euch dafür nicht fertig machen. Und schaut, wie die Elvira strahlt. Und ich finde das so cool, wenn du sagst, schaut es euch euch an. Also das ist echt genau, eine super Einladung, schaut es euch euch an. Wir werden es so machen, ich werde dieses Video auf YouTube hochladen, nämlich unter Pragmatic Psychology. Und zwar möchte ich gerne, dass diejenigen, die hier gesprochen haben, Stefan, Christina, Renate und Elvira, ihr könnt mir bitte eure E-Mail-Adresse zukommen lassen, wenn euch das recht ist, und ich poste das unter dem Video. Also wenn ihr erfahren möchtet, wann die Herrschaften, Damenschaften die nächsten Kurse halten, dann könnt ihr sie kontaktieren auf ihrer jeweiligen E-Mail-Adresse. Und so und so und so. Und wie gesagt, Susanna, ich unterbreche dich gerade mal kurz. Ich wollte auch noch was sagen, was bei dem Kurs so eine geniale Energie war, die wir am Schluss hatten. Das habe ich mir extra noch aufgeschrieben, das wollte ich noch sagen in diesem Zoom. Wir kamen so drauf, dieses Ding von, okay, wir hören auf, uns selber für unser Anderssein zu bewerten. Wir schauen, wo unsere Fähigkeiten in unserem Anderssein liegen. Und plötzlich war so dieses da, okay, und wenn wir uns aufhören zu bewerten, dann hören wir auch auf, andere zu bewerten. Und auf einmal war so dieser Raum offen, oh wow, was wird das für die ganze Welt kreieren, wenn wirklich Menschen, und wenn es nur mal für zwei Stunden ist, aufhören, sich selber zu bewerten und aufhören, andere zu bewerten und ihr Anderssein als Fähigkeit anerkennen. Also was das da, da kriege ich heute noch Gänsehaut, weil das war so ein total berührender Moment. Wir saßen da alle nur da, wie so, oh wow, was würde das auf der Erde kreieren. Und ja, und allein dafür, dafür lohnt es sich, für diese zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, wo es sind, einfach zu gehen und das zu machen, ja, und die Einladung tatsächlich für Menschen zu sein, mal auch in diese Energie einzutauchen. Wow, toll. Ja, und wie du sagst, man kommt zu so einem Kurs und man denkt sich, ach, das mache ich nur für zwei Stunden. Nö, in dem Moment, wo du diese Wahl triffst und sagst, ja, in diesen zwei Stunden öffne ich etwas oder wie lange immer der Kurs ist, es sind unterschiedlich, manchmal ist es eineinhalb Stunden, manchmal ist es wie auch immer, wie lange der Kurs ist. Man denkt sich, ach, das ist nur für diese Zeit. Nein, in dem Moment, wo du diese Wahl triffst, zu sagen, okay, ich mache das jetzt, es ist nicht logisch, aber mit der Wahl kreierst du eine neue Zukunft, mit der Wahl hast du einen Samen gesät, der deine Zukunft verändern wird. Vielleicht zeigt sich es nicht gleich, vielleicht siehst du nicht gleich den Beweis dafür, ja, wir sind alles so drauf gedreht, Beweise zu suchen und das macht uns alle irrsinnig, ja, aber allein in dem Moment, wo du sagst, ich gebe mir mal zwei Stunden und erforsche mal, hey, wer bin ich wirklich über die Definition, die ich über mich habe, was gibt es noch alles an mir zu entdecken, das kreiert schon eine neue Zukunft für dein Leben. Ob es logisch ist oder nicht, ob du gleich die Beweise findest oder nicht, spielt keine Rolle, es ist irrelevant, es tut schon etwas, ja, weil Veränderung ist nicht, da gibt es nicht immer gleich Beweise, bis sich Veränderung verwirklicht, das dauert ein bisschen und wir haben alle ein bisschen zu wenig Geduld dafür, wir wollen es alle gerne gestern schon, aber diese Kurse kreieren schon einen Samen, der deine Zukunft in eine andere Richtung lenkt und da kann man immer fragen, hey, was hat sich in den zwei Stunden schon getan und wenn ich das anerkenne, dann kann ich mehr davon haben, ja, und das ist überhaupt ein super Werkzeug, erkenne mal an, was du bisher in deinem Leben alles schon verändert hast und wenn du es anerkennst, was geht noch alles darüber hinaus, ja, gibt es noch irgendetwas, das ihr sagen wollt, hinzufügen wollt, kommentieren wollt, jetzt so am Ende unserer gemeinsamen, das möchte ich schon noch sagen, dieser Kurs, was mir nämlich an dem besonders gut gefallen hat, ist, wie einfach und einladend der ist, ich meine, ich habe mich, ich gebe es zu, ich bin jemand, der sich auf alles in letzter Sekunde vorbereitet, nichts wirklich tut, gerne im Vorfeld und sich Zeit lässt bis zum Schluss, genauso habe ich es bei diesem Kurs auch gehalten und es war so sensationell, was der dann trotzdem bewegen konnte, ist, ja, ich sage es ganz offen, es braucht nicht viel Vorbereitung, dieser Kurs und das gilt aber auch für die Teilnehmer, ihr müsst nichts wissen, ihr müsst nichts können, ihr müsst nichts mitbringen, es ist so aufgebaut, dass ihr davon profitiert, ohne hart arbeiten zu müssen, weil ganz oft heißt Veränderung ist, harte Arbeit ist super schwierig und wird in dieser Welt ganz schwer gemacht und dieser Kurs ist die Einladung, sich echt einmal mit sich selbst kurz zu beschäftigen und zu sagen, hey, so bin ich und das ist einfach toll, das gibt es sonst nicht so oft. Wow, voll cool, freut mich, freut mich und die Heidi schreibt gerade, Heidi Rast, ich habe viel Veränderung gewählt in den letzten Wochen und das wird mir, und das wird mir Zeit bringen, in Zukunft diesen Kurs halten zu können, ich freue mich drauf, ja, wir freuen uns auf dich auch, Heidi, Heidi ist auch ein ganz toller, inspirierender Mensch, Mensch erneut. Cool. Ich will da noch ganz, ganz kurz zusammen. go for it. Ja, du, auf jeden Fall mal vielen, vielen Dank, dass du uns die Möglichkeit gibst, dass wir das machen können, also das finde ich einfach wirklich super genial und ich habe ja bei meinem Kurs auch zwei dabei gehabt von neun Menschen, die was, keine Ahnung von Exes gehabt haben und so richtig gemerkt haben dann, und ich habe mir eben im Nachhinein geschrieben, und das ist wirklich nichts Falsches an mir, wow, das hat mir noch nie wieder gesagt, ich habe mich immer falsch gemacht und die Frau ist jetzt auch schon über 50 und das war für mich so, wow, und wenn man die jetzt sieht, ich habe die erst wieder vor kurzem getroffen, also die ist wie ausgewechselt, das, sie sagt, ihr Leben hat sich komplett nur nach diesen zwei Stunden total verändert. Wow, das ist riesig, oh, und weißt du, erfahren zu dürfen, hey, es ist wirklich nichts Falsches mit mir und dann, und dann, und dann, so jemanden in seinem Kurs zu haben, das ist, das ist so ein Geschenk, so ein Geschenk, weil, wenn man anerkennt, hey, alle, die wir diese Kurse halten und die Margareta schreibt gerade, sie möchte ja auch diesen Kurs halten und Karin Pilz auch, und wir freuen uns auf alle euch, weil es ist so ein Geschenk, ich meine, wenn wir mal anerkennen, hey, welche Welt wollen wir wirklich haben, welche Zukunft wollen wir kreieren, wozu laden wir ein, ja, für mehr, mehr Farben, mehr Nuancen, für, für das, was wir alle sind, das, was wir an Anderssein, jeder Einzelne auf unsere, unsere unterschiedlichen Weisen in die Welt bringen, das ist ja die Einladung, um die Welt zu einem Spielplatz zu machen, um die Welt zu etwas zu machen, wo es Spaß macht zu sein und wenn wir anerkennen, was wir wirklich wollen, anstatt was wir glauben, dass wir wollen, ach, man muss erfolgreich sein und man muss Resultate erzielen und so weiter, ja, das ist alles gut und schön, nur reicht uns das wirklich oder wollen wir mehr und ich glaube, wir können alle miteinander anerkennen, wir wollen mehr als das, wir wollen mehr als nur in dieser Realität Resultate erzielen und erfolgreich sein, wir wollen wirklich zu etwas anderem einladen und dieses Anderssein ist nicht nur teilnehmerbezogen, es ist auch die Leute, die den Kurs facilitieren, jeder Einzelne, der diesen Kurs facilitiert, ist anders, jeder Einzelne, der diesen Kurs facilitiert, will eine andere Welt kreieren, die wirklich funktioniert für uns und das ist unsere Einladung und wenn dich das interessiert, dann wird hier unter diesem Video die Informationen gepostet, wo du mehr Informationen finden kannst und wir freuen uns riesig auf dich mit uns, mit euch und unserem Anderssein. Danke fürs Dabeisein, danke Renate, Elvira, Christina, Stefan und allen anderen, diese Kurse halten werden in Zukunft, danke für euer Sein und wir freuen uns auf euch. Danke, Susanna, für die Einfachheit. Danke, Margarete. Danke. Vielen Dank, Susanna. Danke. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Danke.